Übersicht Für die Fußball-Weltmeisterschaft 1962 in Chile hatten insgesamt 56 Mannschaften gemeldet, darunter 29 Mannschaften aus Europa. Wobei Zypern noch zu Asien gerechnet wurde, Mannschaften aus Südamerika, sieben Mannschaften aus Nord- und Mittelamerika, sieben Mannschaften aus Afrika, vier Mannschaften aus Asien, aus Ozeanien meldete erneut keine Mannschaft. Die Meldezahl von 56 Mannschaften bedeutete einen neuen Teilnehmerrekord. Da Titelverteidiger Brasilien und Veranstalter Chile direkt qualifiziert waren und das WM-Turnier mit 16 Mannschaften ausgetragen wurde, standen für die verbleibenden 54 Mannschaften 14 freie Entrundenplätze zur Verfügung. Im Vorfeld der Qualifikationsspiele zogen fünf Mannschaften ihre Meldungen zurück, sodass insgesamt 49 Mannschaften an den Qualifikationsspielen teilnahmen. Die Startplätze für die WM-Endrunde wurden wie folgt verteilt. Aus Asien und Afrika konnte sich keine Mannschaft für die WM-Endrunde qualifizieren. Europa 21 der 27 europäischen Nationalmannschaften kämpften um sieben direkte Qualifikationsplätze. Weitere sechs Mannschaften, von denen sich eine bereits vor Beginn der Qualifikation zurückzog, spielten um die Möglichkeit im Duell mit drei afrikanischen und asiatischen Mannschaften drei weitere freie WM-Plätze zu erhalten. Europa konnte daher im Optimalfall, der schließlich auch eintrat, maximal zehn Teams zur WM schicken. Die 21 Mannschaften, die sich direkt für die Endrunde qualifizieren konnten, wurden in sieben Gruppen mit jeweils drei Teams aufgeteilt. Die jeweiligen Gruppensieger waren für die WM qualifiziert. Bei Punktgleichheit auf dem ersten Rang entschieden nicht die Tore, sondern es gab ein Entscheidungsspiel auf neutralem Boden. Die sechs übrigen Teams spielten in drei Gruppen mit jeweils zwei Mannschaften. Der jeweilige Sieger traf anschließend auf eine asiatische bzw. afrikanische Mannschaft. Bemerkenswert. Mit Frankreich und Schweden konnten sich die beiden besten europäischen Teams der letzten Weltmeisterschaft nicht für die Endrunde qualifizieren. Gruppe 1 Spielergebnisse, Gruppe 2 Spielergebnisse, Gruppe 3 Spielergebnisse. Das Spiel Niederlande DDR fiel aus, da die niederländische Regierung den Fußballern der DDR keine Einreisegenehmigung erteilte. Da es für den Ausgang der Qualifikation bedeutungslos war, wurde es nicht nachgeholt. Spielergebnisse, Gruppe 5 Spielergebnisse. Gruppe 6 Spielergebnisse. Nach der Absage Rumäniens musste Italien im Kampf um den Endrundenteilnahme gegen den Sieger der Nahostgruppe antreten. Gruppe 8 Spielergebnisse. Österreich zog sich vor Beginn der Qualifikation zurück. Spanien konnte sich gegen Wales behaupten und musste gegen den Sieger der Afrikagruppe im Kampf um die Endrundenteilnahme antreten. Spielergebnisse. Island zog sich vor Beginn der Qualifikation zurück. Jugoslawien konnte sich gegen Polen behaupten und musste im Kampf um die Endrundenteilnahme gegen den Sieger der Asiengruppe antreten. Spielergebnisse. Asien. Nur vier asiatische Mannschaften, zwei aus dem Nahen Osten und zwei aus dem fernen Osten, hatten für diese WM-Qualifikation gemeldet. Um politisch motivierte Boykotte zu verhindern sowie aus Entfernungsgründen wurde für die Nationalmannschaften aus Israel und Zypern eine eigene Nahostqualifikation eingerichtet. Die beiden verbliebenen von Ostteilnehmer Südkorea und Japan traten in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Südkorea setzte sich klar mit zwei Siegen durch, verlor aber das anschließende Duell gegen Jugoslawien. Vorrunde Spielergebnisse. Playoff Europa Ostasien Spielergebnisse Nahosten. Für diese Gruppe gab es bei dieser Ausscheidung keinen direkten Endrundenplatz, da sich der Sieger noch gegen einen europäischen Vertreter durchsetzen musste. Aus politischen Gründen und teilweise auch aufgrund der regionalen Nähe wurden mit Israel, Zypern und Äthiopien zwei asiatische und eine afrikanische Mannschaft zur Nahostqualifikation zusammengefasst. Die drei Teams spielten ihre Qualifikation im K.O. System aus. Zunächst trafen die beiden asiatischen Vertreter Zypern und Israel aufeinander. Israel konnte sich klar durchsetzen, ebenso gegen den nächsten Gegner aus Äthiopien. Im Kampf um den einzigen Startplatz bei der WM-Endrunde musste sich jedoch die israelische Mannschaft gegen Italien als Sieger der Europa-Gruppe 7 geschlagen geben. Vorrunde Nahostfinale Spielergebnisse Vorrunde Finale Playoff Europa Nahosten Spielergebnisse Afrika Wie in der Nahostgruppe gab es auch hier keinen direkten Endrundenplatz, da der Erstplatzierte noch gegen den Sieger der Europa-Gruppe 9 antreten musste. Insgesamt sieben afrikanische Nationalmannschaften hatten für die WM gemeldet, wobei Äthiopien der Nahostgruppe zugeordnet wurde. Beide Teams der Untergruppe 1 zogen ihre Meldungen noch vor Beginn der Qualifikation wieder zurück, so dass der Sieger der Afrika-Gruppe aus den beiden Erstplatzierten der Untergruppen 2 und 3 ermittelt wurde. Es galt der Liga-Modus, bei dem bei Punktgleichheit nach Hin- und Rückspiel ein Entscheidungsspiel auf neutralem Boden ausgetragen wurde. Marokko konnte sich letztendlich gegen die Mannschaft aus Ghana durchsetzen, musste sich aber im Kampf um das Endrundenticket dem europäischen Vertreter Spanien geschlagen geben. Vorrunde Afrika Finale Spielergebnisse Untergruppe 1 Untergruppe 2 Sternchen Marokko Perlos Entscheid zum Sieger erklärt Untergruppe 3 Finale Playoff Europa Afrika Spielergebnisse Südamerika Da Brasilien als Titelverteidiger und Chile als Gastgeber bereits qualifiziert waren, kämpften die verbliebenen sieben südamerikanischen Mannschaften um die Startplätze bei der WM-Endrunde. Sechs Nationalmannschaften spielten dabei in drei Zweiergruppe um drei direkte Endrundenplätze. Während Paraguay als siebter Vertreter Südamerikas gegen den Sieger der Nord- und Mittelamerika-Ausscheidungen antreten musste, Spielergebnisse 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 Nord- und Mittelamerika Sieben nord- und mittelamerikanische Mannschaften kämpften um die WM-Teilnahme. Allerdings konnte sich der Nord- und Mittelamerika-Vertreter nicht direkt für die WM-Endrunde qualifizieren, sondern musste noch gegen den Sieger der Südamerika-Gruppe 4 antreten. Die sieben Teilnehmer spielten zunächst in drei Vorrundengruppen, darunter zwei Gruppen mit jeweils zwei und eine Gruppe mit drei Mannschaften. Die drei Gruppensieger spielten anschließend in einer Finalrunde den Sieger der Qualifikation aus. In dieser Ausscheidung trafen Paraguay als Südamerika-Vertreter und Mexiko als Sieger der Nord- und Mittelamerika-Qualifikation aufeinander. Mexiko behielt dabei gegen den südamerikanischen Vertreter die Oberhand und qualifizierte sich damit für die WM-Endrunde. Vorrunde Spielergebnisse Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Finalrunde Spielergebnisse Playoff Südamerika-Nord- und Mittelamerika-Spielergebnisse Weblink RSSSF Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 1962 Einzelnachweis Holländische Regierung unter Druck DDR-Fußball-Nationalmannschaft erhielt keine Einreise FIFA droht Holland mit Ausschluss In Neues Deutschland ZTFYS Archiv der Staatsbibliothek zu Berlin 8. September 1961 S8 Abgerufen am 24. April 2014 Dezehnte 1 Jackis Invest dem Tim die die Vielen Dank.